So ihr Lieben, neues Video von Savage Scooter. Es ist Sonntag, 11. Februar, 20 Uhr 2. Zwei Minuten nach acht, das Gewinnspiel habe ich geschlossen und ich habe mir die ganzen Kommentare durchgelesen. Leider musste ich feststellen, dass es einige von euch gab, die die Teilnahmebedingungen, die nicht so ganz gelesen haben, vielleicht auch nicht ganz verstanden haben. Ich dachte eigentlich, das wäre relativ klar. In dem Video habe ich das auch gesagt, dass ihr den Beitrag liken und kommentieren müsst. So, das haben einige gemacht, einige haben es nicht gemacht, sonst wären ja die Likes und die Kommentare identisch. Also, gut, ich blende euch jetzt mal hier fünf Namen ein. So, Name Nummer 1, Name Nummer 2, Name Nummer 3, Name Nummer 4 und Name Nummer 5. Und die dazugehörigen Tipps. So, ja, und jetzt kommt ein kleiner Videoeinspieler, der dieses Gewinnspiel auflöst. Und dann wissen wir genau, wer der Gewinner des Gewinnspiels ist. Hier die Auflösung. 3.123, 3.124, 3.125. Super. So, und jetzt wisst ihr, wer gewonnen hat. Es ist die liebe Yvonne. Die Yvonne war 17 Hexagons weit weg mit ihrem Tipp 3.108. Der Ralf war auch sehr nah dran, aber hat leider drei mehr getippt. Und somit hat die Yvonne den wahren Gutschein gewonnen. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, liebe Yvonne, du darfst dich bei mir melden. Und dann sorgen wir dafür, dass dir der wahren Gutschein zugeht. So, dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Und ja, danke fürs Mitmachen. Tschüss.